Hallo, ich bin der Matschö. Hi, da ist der Matschö. Hallo, ich bin der David. Hallo, ich bin der Lukas. Hallo, ich bin der Thomas. Hallo, ich bin der Phil. Ich komme aus Österreich. Ich befinde mich gerade in der Pfarrkirche von Arzl. Ich liebe die Jungscher und ich mag voll gerne einen zeichnen. Es gefällt mir eigentlich am besten als Aktive, die ich spiele und die man ganz zeichnen. Ich gehe auch jedes Jahr Sternen singen. Ich finde, dass es schön ist, dass ihr mich jetzt so seht, weil wir nämlich mit vielen Mitteln versuchen, euch zu helfen. Ich freue mich auf den Workshop. Ich freue mich voll auf Sternen singen und ich freue mich drauf, euch kennenzulernen. Und die gehen Sternen singen und die freuen mich auch voll, euch kennenzulernen. Die Sternen singen und es freut mich, euch kennenzulernen. Ich freue mich sehr, euch kennenzulernen. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Wir lieben Sternen singen! Ich freue mich an you. Und die Vielen Dank.